Ich glaube, ich fühle mich schon viel besser. Ich glaube, das war doch keine Flugangst, sondern vielleicht lag es an der dicken Pizza, die ich gestern Abend noch gegessen habe. Was ist das für ein Geruch? Oh mein Gott! Was ist hier? Warum riecht das im Flugzeug so? Hilfe! Ich muss hier raus! Ich glaube, das Flugzeug stürzt ab oder so. Was ist das für ein Geruch hier? Ja! Irgendwas stimmt hier im Flugzeug nicht! Was ist denn los? Riechen Sie das nicht? Das stinkt hier voll! Ja, du hast recht. Es kommt aus dem Toilettenraum. Mir wird ganz schwindelig von diesem Geruch hier. Mama! Oh, okay, wenn die Tür aufgeht. Oh, was ist das? Was ist denn passiert? Meine Damen und Herren, die Toilette ist außer Betrieb, also die kann gerade nicht genutzt werden. Oh nein, alles meine Schuld. Oh Mist! Was ist denn los? Ja, riechen Sie das nicht? Also es stinkt sogar im Cockpit. Es ist eine Anweisung vom Piloten. Wahrscheinlich gibt es eine Zwischenlandung. Och nee. Das ist die Kantein. Die Kantein spricht. Die Levertüren ist aus der Anweisung. Der Kantein ist aus der Anweisung. Der Kantein macht die Kantein. Die Kantein spricht.